Hallo. Oh, plus 217. Big Game Time. Manchmal überraschend sein in der ersten Runde. Mit einem guten Rush. Mit Skrt und B. Jetzt ist es mitten oder was? Wow. Ich bin mir nicht sicher, dass der 2 schon war. Oh, ich kühle mir. Warum? Any ideas? Ja, nicht sterben. Ja, ich bin Valorant. Einer in der Box. Innerhalb, ey. Ach, come on, Bubo. Schau da wieder. Alle sind sinnlos in Ramp-Sinne. 10-44. 10-44. Throwing Smug. Das war ja nur Winnibull, hm? Glaubt nur, dass der jetzt dauerndlich durchmassiert wird, hm? Ja. Bomb has been planted. Throwing flashbang. 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 Der darf er rennen. Wer ist da unten drauf? Der ist runter gegangen, weil er meint, der hat B geplantet. Ich habe es nachher ein Hügel. Ich habe eine Diffuser eingeladen. Oh no, wir gewinnen die Runde. Good Runde. Nice try Seht ihr da? Nice try Dann ja Mir ist ein grün he Gestörter Hund Ich muss da aber gesprungen Ah come on in dem Moment Wie können wir das verlieren? Er muss das einfach spielen wie ich sonst immer spiele nicht so Dann hat er Mac-10 kauft und dann Er hat sie nicht geleft, er hat nur Bro made paws Ja nicht blocken Nein, nein, wir müssen agressiv spielen Sie sind sehr impatient, sie nur pushen Ich denke man, wir brauchen Dead Container outside Fushing, Fushing outside Okay Let's do this Let's do this Ah Yo, can you look Brie? Das bist ja sogar du Du, du Eier, der Hund läuft da gemütlich bis dahin Ja Zickt allein Sorry, can you repeat? No, no, nothing Everything all right Da hast du mich wieder sauber reingeritten Du bist ja fast in meinen Tod Ja Na ja, danke Hättest mich für einen gekillt, schon beidet Da ist ja AWP dann Ah ja Ah ja, aber ich fahre, ich fahre ist noch inne Wir pushen uns voraus, sind wir schon Wir pushen uns voraus, sind wir schon Ohne ist noch Ramps Ah, der eine ist genau vor der Kuppen-Main Ja, simpel, und der eine facet aber rein Der Schweckrenner Ich glaub nicht, dass du das überlebst Ah, der eine hat mit einhappet Eigentlich könnt ihr es noch mal probieren Ah, jetzt habe ich es zwei Runden wieder nicht gemacht Drei jetzt anfangen, vielleicht stirbe ich auch einfach nur Ah ja, ist der AWP da Ja, er ist mit dem Back zu dir. Rumpfle. Oh Gott, nein. Wow. Unfähig, kurz aus dem Kopf zum Ziel hin. Vor allem der Typ hat den nicht mehr zu ihm geschaut. Er hat nur zu ihm geschaut, weil er geflasht hat. Nein. So schlecht. Dass man die anderen nicht geholt hat, nein. Ich renne einfach mit mir da schnell B ab. Ab da durchs Ding. Nach dir auf mit E und da rechts ab. Hast du Bombe? Ja, ja, ich hab Bombe mit. Ah, sie haben mit der Dash oben bei Ramps irgendwo. Ohne kurz hinter dir. Hast du? Ich hab da WP. Du kannst eigentlich zu mir kommen? Ramps selber hab ich den Blick. Er ist über mir, glaube ich. Nein, er ist gerade runtergesprungen. Er müsste hinter mir gerade runtergesprungen sein. Ja, er hat da durchgewechselt. Skye, Skye. Well, es ist erreicht, dass ich nicht mehr fliehen würde. Ich hab nicht das. Vielleicht, ich hab die選ung. Ohne. Dann hol mich, du sagst. Ich hab das gerade Sache. Paul hat der Schraub. Und das. Ich hab das geklappt. Jetzt noch ein A, gell? Wunder Ich hab die Bombe! Check, Snatter Fahrzeit, PUSH! Ramp Sight Ramp Sight Ramp Sight Ah, Shit, ja Don't push, guys Don't push Saved die AWP Schade Das wäre echt ein kurzer Move, ne? Ich hab echt zwei gut rausgefischelt Ah, ja Also, du Auf die Tür schaut schon an, ne? Hütte ist meistens einer auf der Hütte Ja, die ist schon Aber das ist jetzt zum zweiten Mal, wo er einfach rein spaziert Ok Jetzt kommt der berühmte Vorführer-Effekt Ja, ist einer da oben Habt ihr einen auf der Hütte? Ja Warte, ich mach nen Zaubertrick kurz Oh, der war nicht gut Haha Haha Frescher scan Don't push Don't push Don't push, don't push Ach so, Entschuldigung Immer direkt mit der Aufmerksamkeit Ja, immer bis zu dem Zeitpunkt, wo der eskaliert Oder wir 10-0 hinten sind Dann wir das Aufnahme beenden Ah, man weiß ja nie, ein gutes Comeback ist meistens 10-0 So ist eh Ja, ja Ah, ich bin schon wieder durch die Hütte durch, gell? Ja Abschent, oder wer? Okay Ramp 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 Ja, what the fuck Die M9-Gottel, wie Sau Die M9-Gottel, wie soll er sich sappen? Is on... On Outside one Springehörnd Watch behind you Er kann hinter den Eierköpfe go... crazy Hier boys Das ist alles nur für das, dass es doch klaut am Schluss dann zum Werfen. Ich droppe da an Wend. Na gut, meistens andere Tür. AWP, ist aber ungestört da. Oben auf dem Hüsler, help! Ja und die nächste Sache bei Gottnern, Alter. Er kann den Talkkicker. Oder? Bleu, du hast die Bombe. Let's go, let's go, let's go. Und noch da, der AW kracher. Jetzt schauen wir schon, ihn. Ja genau. 350 kriege ich da. Ich glaube, wir werden Pistol rund, so eine auf Papen kriege. Wenn du da bist, dann kommt mir oder? Okay. Squeak, ihm. Still squeaky, von. Werner. Still squeaky, hit ihn, once. Das ist kein Schuss mehr. Nimm meine vom Boden. Da ist immer noch deine. Mit E oder mit deine mit G wegwerfen und drüber rennen. Du bist so schlecht. Ich hab ihn eh gedruckt. Wallah, ich bin drüber und krieg noch nie gedruckt. Dass es mir der Fahrer das wegwerfen muss. Okay, das passt jetzt. Na musst du nicht. Du kannst schon drauf schauen. Diese Waffe nicht angesagt worden. Ich hab ihn eh gedruckt. Du hab ihn schon gleich angezeigt, wegen schlechtem Gameplay. Alter. Ah, er gibt einen. Ja, aber jetzt nur nicht. Ja. Jetzt, da wo er jetzt oben gestanden ist, wenn du gerade runter springst, auf die schräge, da ist so eine schräge Platte am Boden. Auf dir kannst du springen. Ja. Da rechts so. Genau dir. Das ist die schräge Kante gerade. Ja, ja, ja. Da hab ich irgendwie der Squeaky da wo, wo wir vorgefallen. Dann. Wirf aber da noch. Oh, die ist gerade noch durchgegangen. Ich glaub, die werden uns schon. Ich glaub, die kommen außen. Ah, wir sind Morin, ja. Wir sind hier in der Aireat. Der Aireat. Mann, der ist oben 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 auf dem Ding. Schnapp doch die Aireat. Du flotst. Möööööööööö. Ah, da ist ein Galil nur. Oh nein, nicht mehr. Oh shit. Ich habe gerade ein Galil für mich die Hände angeschmissen. Oh nein. Ich habe einen Vermutung. Fuck. I get fucked from the Eagle. Der ist links. Ankerbohr hat jetzt den Wallhacker gemacht. Ich springe gleich von der Decke runter. Schon siehst du den Schatten? Schöne. Bomb outside. Der will die, ich glaube. Au je. Nein, wo sind meine Kollegen? Der Krain ist dort oben. Wann ist still outside mit Scout? Ja, den, den, den schaffen wir wohl eh. Bikiner Scout hinein. Der ist so laser. Der ist so laser. Äh. Äh, planten. Er hat dann... Er hat einen planten lassen und er kriegt das Wangen schon. Oh Mann ey. Konfident. 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 Du gehst AWP. Da bin ich mal gespannt. Das kann ich nichts hören. Ich flash einmal für dich. Und zack. Exploriert. Flaschbank. Super. Flaschbank. 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 Da kommt welcher? Schriveli. Ich bin tot. Pfff. Ah, ja, das habe ich nicht... Das hier überriss. Two outside. Another one outside. Ich muss schneller ich stellen. Also wenn ich eingezoomt bin... Cool. Oh, ey. Er hat da einfach eine Weapon getroppt. Ich habe jetzt gedacht, er will mit mir das Schiffe versenken. Spiel, er wird nach A1 oder A4 gefahren. Der Pushing Full B. Ah, fuck. Ja, die sind alle schon B-Donner. Die sind einfach nur durchgekrankt. X. Ah, ja. Es kommt irgendwie mit der Bombe. Was passiert bei der eigentlich? Was? Was ist jetzt gerade? Er hat halbe Disconnect. Hängt bei der am Spiel? Er hat aufgehört einen Blenden, weil er einen gesehen hat. Es war super. Super. Jetzt ist die Marano dort oben, ja? Die Power. Hopp. Throwing fire. Throwing a grenade. Natürlich, der Hotel. Achso ganz gut, ja. Ganz frei. Ich habe hier ein Garage. Ich habe hier ein Garage. Naja, das ist mir schon klar. Naja, das ist mir schon klar. Klos für die User Guys. Near der Tür. Hörst du! 100! Ah, ja! Die AWP gibt mir einen Ausgabe. 1-A-Side, wie für ein AWP. Hohoho, boi! You did it! Alter, komm heroben! Mit der letzten Kugel hat er noch einen, glaube ich, einen Catch-Shot. Alter hat er denn überhaupt noch auf den Ziel? Nein, das war der Spray, was sich der dann entwickelt hat. Oh Mann, oh Mann. So was ich alles sagen? Crazy.